Das sollte ab jetzt ein bisschen, wie gesagt, also bis auf das, wo ich halt überhaupt gar keine Ahnung habe, was ich tun soll, ähm, sonst zu Not schiebe ich meine Winterpause um einen Tag nach hinten und wir machen, also es wird offiziell, wird, offiziell ist sie ja von Montag bis, ähm, in den Januar rein, aber sonst nicht. Das war nicht Montag nach dem letzten Lego City Stream, keine Ahnung, aber ich möchte das Projekt, es hat keinen Sinn, das mit ins nächste Jahr zu nehmen, dafür sind wir zu weit, es ist einfach Quatsch, wenn ich das mit ins nächste Jahr nehme, so kurz vor Ende. So, weil für den halben Lego City Stream brauche ich dann später das nicht anmachen, das ist... War hier unten irgendwas? Ist die Kamera hier nicht funktionierend? Nö, okay. So, dann möchte ich mal eben gucken, was fehlt mir denn hier. Hier fehlt mir noch der seltene Schein auf jeden Fall. Das Alien fehlt mir noch. Die Katze fehlt mir auch noch. Oh mein Gott, was fehlt mir denn hier alles noch? Barbecue gibt's hier nicht. Ähm, Presslufthammer fehlt mir auch noch. Oh mein Gott, hier fehlt mir doch noch mehr als ich dachte. Ähm, naja, gut, okay, wollen wir mal anfangen. Womit fangen wir an, was suchen wir zuerst? Ich würde sagen, wir machen einfach... Ähm... Wir machen das, glaube ich, einfach wieder so, wie wir es finden, oder? Ach, wir müssen auch das Schwein, müssen wir auch noch machen, okay. Ein paar Sachen... Ich möchte nicht andauernd nachgucken, deswegen versuche ich das mir jetzt ein bisschen... ...genauer einfach anzugucken. Ich meine, es ist Quatsch eigentlich wahrscheinlich, aber... ...brennen gibt's auch nicht. Wo ist denn hier die Flagge? Wo soll die denn sein? Und der Bahnhof fehlt... Und der Bahnhof fehlt auch noch? Oh mein Gott! Fehlt hier noch alles? Ja, vielleicht dauert das doch ein bisschen länger noch. Naja, let's go. Wollen wir mal gucken, was wir finden, ja? Ähm... So... Ist auf der Brücke eigentlich auch was? Wenn, dann machen wir vielleicht die Brücke zuerst. Das heißt, ist okay, die Brücke hat auch was. Ja, dann gehen wir zuerst zurück auf die Brücke. Sorry, wir sind zu früh hier. Weil die Brücken vergesse ich sonst. Ach, der ist bestimmt auch wieder unten, ne? Guck mal, hier ist da wieder was breiteres. Ich gucke mal hier runter oder so. Ich spring einfach runter. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Aber nichts... ...besonderes. Was ist hier? Zwei andere Charakter, aber irgendwie auch nicht, dass wir dich jetzt gesucht haben, um ehrlich zu sein. Hier muss ja auch irgendwo ein roter Stein sein, etc. pp. Da ist noch was zum Klettern. Lass mich durch, Leute. Ähm... Wenn da Haie sind, wie komme ich hier wieder weg? Also jemals. Ich hab kein Boot hier mit hingenommen. Ja, und du sollst vom Hai gefressen werden und nicht ich. Was ist das hier? Ist hier irgendwas hinter vielleicht? Okay, da war mein Gespür, finde ich schon mal gut. Was gibt's denn auf dieser Brücke eigentlich noch? Gibt's hier auf dieser Brücke noch mehr? Einmal auf die Karte gucken, bitte. Gibt's auf der Brücke noch mehr? Da gibt's noch eine Flagge. Wo soll denn hier eine Flagge sein? Irgendwo hier auf der Brücke ist eine Flagge? Okay. Wir suchen sie auf jeden Fall. Ist die denn wohl auch unten? Oder ist die dann irgendwo oben? Was ist hier? Ja, okay, also die da jetzt ein bisschen kreativer mit dem Verstecken sein können, ja? Schuhe für alles. Ähm... Ich hab mich schon wieder in eine doofe Situation gebracht, aber hier ist ein Leiter. Hallo. Danke. Wo soll hier denn die Flagge sein? Da oben. Wo denn auch sonst, ne? Wenn nicht oben, dann wohl unten, weil Flagge, die sind ja immer... Diese Gebiete hier oben ist ja immer oben. Oh, ich mach das wieder mit dem Astronauten. Das ist mir jetzt alles einfacher mit dem... Das Jetpack ist so praktisch. Ich hätte eben auch mit dem Jetpack darüber fliegen können. Also über den, äh, wo ich vom Hai gefressen wurde. Haha! Ha! Ja, genau da! Ich wollte es euch nur noch mal zeigen. Haha! So... So... Hallo! Danke, dass ich mir ihr Auto zur Verfügung stelle. Sie sind wirklich sehr lieb. Oder ich sehr dreist, je nachdem. Ah! So, hab ich hier die Flagge schon von diesem, von diesem Gebiet, weil da würde ich als erstes mal die Vermutung auch schon, dass die Flagge wohl auf der Kunstgalerie ist. Da, wo wir ja schon mal oben waren. Nein, hab ich noch nicht. Dann gehen wir mal als erstes da hoch. Ähm... Denn das würde sich ja nur anbieten eigentlich, ja? Ähm... Einen ganzen Tag Urlaub? Was ist das für eine Frage? Was könnte schöneres geben als einen halben Tag Urlaub? Ja, einen ganzen Tag Urlaub. Ich weiß genau, was ist das für eine Frage? Was könnte schöneres geben als einen halben Tag Urlaub? Also, wenn ich mich was. Was könnte ja loswerden gehen? Was könnte also nicht so? So Entrale! Ich bin noch mal! Was könnte... Was könnte... Was könnte... Ja! So... Was könnte... W ham? Was könnte... Ich habe... Ich bin noch... Scham mich nicht so... Was könnte... Oh, was könnte... etwas ... Ich bin ganz gut. Es war sehr gut. Obwohl, haben sie vielleicht die, vielleicht haben sie es, warte, 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 ich will mich hier auf dieser Ebene nochmal umgucken, nicht, dass sie irgendwie getrickst haben und dass sie irgendwie hier unten ist, aber. Nicht, dass es irgendwie dann doch mal weiter unten ist. Ich bin ehrlich, es hätte mich auch also sehr stark gewundert, um ehrlich zu sein, weil die halt bis jetzt immer irgendwo oben waren und meistens am höchsten Punkt. Hallo. Das ist irgendwie was für den Hubschrauber, das muss ich mir gleich merken, weil da wird sicherlich was sein. Aber ich kann auch mit dem Huhn von hierüber fliegen gleich oder nicht? Okay, mein Riechner, mit der Kunstgeile, das war auf jeden Fall schon mal richtig. Dann komm, wir fliegen mit dem blühen Huhn, weil ich hasse das Huhn zwar, aber... Stimmt, da rechts waren wir, da sind wir nicht weitergekommen, als wir in das Museum das erste Mal... rein wollten und ich sehe auch schon, dass eine Schweinchen... Aber das werden wir erst am Ende machen, weil ich möchte hier nicht unnötig da runterspringen. Wer weiß, was da noch alles ist, ey. Oh mein, ja... Oh mein, ja... Da oben sind wir das Schwein, ja, da kümmern wir uns später drum. Aber hier ist doch safe auch dieses... Ich muss mal sagen, wenn hier dieses Presslufthammer-Ding nicht ist, ne. Auf einer großen Dachfläche, da kann man doch hunderte von Sachen platzieren, das ist doch super. Aber lasst uns da mal den Presslufthammer hinmachen, denken die sich doch auch nur, ey. Ja. 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 Na ja, immerhin, ne, wir kommen ganz... Boah, die am Rand hier sind die süßen und gemein. Aber man hat genug Zeit, wie immer. Wie gesagt, also beim Flughafen habe ich nicht mehr gemerkt, dass ich eine Zeit habe. Also... Und es fehlt schon wieder einer. Der wackelt noch. Der wackelt noch. Der eine am Rand. Mal eben gucken, wo mich das hinbringt, sonst kann ich mich hier wieder zurück teleportieren. Oder halt einfach zurückspringen. Also... Weil da will ich ja definitiv nicht hin. Also vielleicht möchte ich da gleich schon hin, aber erstmal müssen wir das... erstmal möchte ich das Schweinkin jetzt hier. vom Dach befreien. Ähm... vom Dach befreien. vom Dach befreien. vom Dach befreien. Ja, musst du da rein tun. In die Kanone reinstoffen. Nur der Farmer hat das passende Huhn. Das weiß ich nicht so genau. Ich sollte eine Karte für Sie besorgen. Ja, das wäre... Unvorteilhaft. Das sind Steine. Warte, die habe ich selbst schon kaputt gemacht. Irgendwann. Da ist die Boat. Der besondere Stein fehlt mir ja auch noch. Deswegen machen wir die einfach auch mal kaputt. Ah, da war... Was zur Hölle? Aber ich nehme es. Alles gut. Ich beschwere mich nicht. Warum sollte ich mich auch beschweren? So, dann muss ich da noch irgendwie nach oben. Also ich muss nochmal auf das andere Gebäude hoch. Weil da oben ist noch irgendwas. Auf dem Ding da. Und ich meine, das war Kunstgalerie. Also von der muss ich da hochkommen. Ich weiß, die ist hinter mir. Aber vielleicht ist hier doch irgendwas, wo man hochkommt. Deswegen laufe ich einmal erst drum rum. Das sieht nicht so aus. Okay. Also Kunstgalerie stürmen und... sich das Ganze angucken. Ich will heute zum Zahnarzt. Die Meinung von der Lady verstehe ich. Ja, auf Zahnarzt hab ich auch mal keinen Bock. Ich geh trotzdem hin. Bock hab ich keinen. Ja, dann komm halt nicht zu spät. Nee, hier kann man nix so hoch. Dann zurück zur... Stadtgalerie. Sorry, das ist ein Notfall. Ja, ich bin sofort zum Laufen. Das ist der Notfall. Oh. Ja, vielleicht sollte ich nicht so... nicht vielleicht... Ah. Hey. Hey Leute, das tut mir fast leid. Entage der Mausleger bin. Sh Price. Hier muss ich spätestens eingekauft werden werde. Ja, ja... Das weiß ich nicht, warum du in den Taxi kriegst. Frag mich doch sowas nicht. Ja, Herr Stens. Nein, er ist gut. Tirifisch. Jürgen Stens. Warum hast du dich nicht festgehalten? Da ist extra so ein Ding zum Festhalten und der hält sich einfach nicht fest. Das ist schon frech. Das ist ein Ding zum Festhalten. Und danach müssen wir mit dem Huhn darüber fliegen. Also auf die rechte Seite gehen, weil wir sind, glaube ich, letztes Mal für die Mission links hergegangen. Das war knapp. Ich weiß gar nicht, fehlt uns hier noch ein Superbau, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. So unglaublich viele sollten davon nämlich auch insgesamt eigentlich nicht mehr fehlen. Und wie gesagt, ich würde heute gerne so weit kommen, dass ich morgen mit euch die 15 Missionen wiederholen kann. Und dann wäre das Projekt dann zu Ende. Ja, alles, was wir heute nicht finden, machen wir nicht. So, das ist jetzt entschieden. So, entweder ich finde heute eine Lösung für die Sachen, ich weiß nicht, wo sie sind, oder wir machen sie halt nicht. Ich kann uns ja nicht ändern. Leider, also... Oder wir müssen echt Montag noch ein Zoom dranhängen, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Oh, ich bin nur entschlossen, Leute. Weil zumindest etwas auf der Karte ist, würde ich schon eigentlich gerne alles finden. Das riecht ja nichts, ne? Das riecht ja nichts, ne? Hm. Auch wie machen wir das nur, Leute? Das ist... Ja, vielleicht nehme ich es auch sonst mit ins nächste Jahr rein, aber ungern. Weil die Mission wiederholen geht schnell. Das wird... Wer weiß ich nicht, wenn es zwei Stunden sind... Würde ich behaupten, ist das schon viel. Ich dachte, das katapultet mich direkt wieder nach unten. Ach, da ist so ein Polizeilogo haben wir gefunden. Okay.